ich finde es können wir gleich so wie doch das können wir gleich mal probieren oder weil so ein tangleboot drive oder so und dann mal auf trocken fick oder so ich weiß nicht was das nächste ist es gibt ja noch es gibt ja noch warte kurz das ist ja was war das jetzt fortgeschritten da gibt es ja noch profi und dann gibt es albtraum und da gibt es wahl wir sind doch profis oder nicht mittlerweile so wie ich sterbe ich nicht naja hier können wir es doch mal einmal oder pass auf bei profi der raum des geistes kann sich selten ändern keine einrichtungszeit das heißt kein countdown kurze schon für die jagd lange jagddauer etwas geringere wirkung von sanity pillen sicherungskasten zu beginn ausgeschaltet noch weniger verstecke aber belohnung mal drei ich würde es mal probieren ich würde so eine anfangs map mal probieren wollen weiß ich wie ihr das seht ja können wir machen müssen ja nicht jetzt machen wir können jetzt erstmal ins camp wahnsinn ist kacken kackst du dich jetzt schon ein wir sind noch gar nicht unterwegs ja nicht in den see aus dem trinken hier das kämpft ja irgendwie auch so mein persönlicher albtraum ja ja ich hasse es auch haben wir denn so wir haben immer die neue box will die oma ausprobieren wir sollen während einer jagd entkommen verrückt werden und zeuge eines geistereignisses werden aber verrückt sind wir doch schon da noch verrückter also ich für mein teil bin sehr verrückt so muss man sich hier oder mit wir die drei stimmen deinem kopf das ding überhaupt ein sicherungskasten ja da ja hinterm feuer rechts in der mond gleich links ich vergesse im moment auch immer zu gucken wie heißt er brent bischof der bischof ich muss natürlich wieder auf die anderen warten weil die haben jetzt natürlich sachen und zu gucken ja hab ich euch ihr sollt hier kein padding machen keine doktorspiele hier sonst macht der onkel mit lieber nicht der ist so laut darauf warten die nur ja damit sie mich verklagen können der onkel hat mich da unten angefasst also am kältesten oder am kühlsten war es jetzt hier beim weißen zettel hier hinten im weißen zettel ja und temperatur sinkt und wir haben hier heiße atem also im f5 haben wir schon mal ja warte mal reagiert ihr auf alle äh ich glaube nicht ne ich glaube es ein alleine geist ja dann geht mal kurz weil ich hab die box mit versuch mal mit dem zu sprechen dann hol ich schon mal dann hol ich schon mal bist du da sollen wir gehen geisterbox das hab ich bis hierhin gehört das hab ich auch gerade nachgeguckt und ob kann es nicht mehr sein ok komm andy wir machen wieder den gleichen trick mit dem salz wie eben dann verteil du mal deine drin ich verteile meine hier vor dem feld wir haben noch keine gefriertemperatur durch salz gelaufen er ist durch salz gelaufen ok dann haben wir kein gespenst aber auch keine dots aber was kann es dann noch sein kuh oder gefriertemperatur mhm scheiße oh bewegungsmelder sind wir hä müssen wir noch irgendwas machen hier wer der zeuge kommen wir den geist bei einer jagd ok das buch ist verpackt oh nein wo ist es ja weil das lucky zwischen und dann hat dave das aufgenommen und dann war es weg wir haben gefriertemperatur ok da brauchen wir es jetzt perfekt dann haben wir zwillinge ja möchte noch jemand zeuge werden zeuge jehovas ok und dumm werden können wir ja auch alle gehen wir einfach rein warten ein bisschen verstecken und ja was nehme ich denn mal ich weiß gar nicht warum ich da rein gehen soll ich bin doch schon dumm genug was treibt ihr da im zelt Keine Doktorspielchen. Sieht auch irgendwie nix, ne? Oh, oh, scheiße, war die Taschenlampe. Uh. Joa. Äh. Aue, aue, aue. Wie lange dauert das, bis wir dumm sind? Hey. Da war er. Na toll. Okay, was sagt denn die Sanity? Oh, also Sanity dauert noch ein bisschen. Aber wer der Zeuge eines Geisterhektes, das haben wir abgehakt. Und das? Und das? Das liegt daran, das Geisterereignis war, ich hab meinen Penis gezeigt und ich hab den nicht gesehen. Uah. Fuck. Oh, nein, das ist keine Jagd. Der war bei, das war bei einem ganz schön, äh, an meinem Arsch-Event. Wo? Also Dave hat's geschafft. Der Dave ist dumm genug. Die sind alle dumm genug. Es geht ja um die Böse. Nee, fand der Geist nicht witzig, ne? Oder so. Ja, die ist erreicht. Nur noch, dann kommen wir, äh, dem Geist werden ane. Ich finde, er würde es machen. victthemum. Andy? Wo ist denn der Andy jetzt? Wo denn? Ja, ich verstecke mich. Komm raus! So? Ich bin schon soweit? Ja, ja. Chrissy, du warst das nicht. Es geht hier um die durchschnittliche Sanity. Durchschnitt. Zwillinge. Ja, dann. Schön. Haben wir alle eingetragen. Ja, warte. Ich guck nochmal. Es ist ein Mann. Warum hast du besser in der Hand? Ich fand es ja geil, es kommt. Was? Mhm. Oh, krass, ey. Also, wenn wir jetzt noch eine gute Runde, dann habe ich schon wieder ein neues Level, ey. Oh, neulich Level freigeschaltet. IMF-Gerät, 500 Dollar und Profi. Nice. Ben, wir sind nicht über Discord. Achso, geht es wieder um die Lautstärke? Nee, der meint, äh, Leggy. Ich hab, äh, ich hab geschlabbert. Gott sei Dank, es ist nur Wasser. Okay, also jetzt Tanglewood Drive auf Profi. Yo. Ist das die letzte Runde dann? Nö, nicht unbedingt. So wie, ihr nicht. So, okay. So, ich hab, äh, ich hab, äh, ich hab.